Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man sein Laptop oder so auf dem Fernsehen anschließen kann. Wir brauchen eine HDMI-Kabel, es schaut so aus. Ich habe für mich eine besorgt um 7 Euro. Ich werde euch heute zeigen auf meinem Prism oder so. Ich schließe das Spitze von dem Kabel. Auf dem Laptop. Ich habe es. Unser Laptop ist da jetzt. Und ich habe die andere Spitze zum Fernsehen eingeschließen. Und da ist unser Fernseher. Wir schauen jetzt. Da steht HDMI 1. Wir klicken drauf. Also auf dem Fernseher. Da habe ich schon geschlossen. Wir haben schon. Das war's für heute. Das war's für heute. Da war's für heute. Oh, okay. Ja, du hast dich gehört.